Bereits in der sechsten Generation entwickelt und produziert die Firma Kramer aus Lehe hochwertige Garten- und Reinigungsgeräte im eigenen Produktionsbetrieb. Technische Innovationskraft und hohe Qualitätsarbeit gestützt auf moderne Produktionsanlagen und bestmöglich ausgebildete Mitarbeiter bestätigen das seit vielen Jahren aufgebaute Know-how. Der jüngste Zuwachs in der Kramer-Familie ist der neue Frontmäher Turno Pickup. Ausgestattet mit ausgereifter Technik, durchdachten Details und sinnvollem Zubehör steht er seinem Bruder in nichts nach. Mit dem genialen Mähdeck wird der Grasschnitt sogleich gemulcht. So entsteht auf Wunsch humoser Biodünger. Durch die robuste Bauweise sind auch große Geländeunebenheiten kein Problem. Der B&S Intec Motor vereint kraftvolle Laufruhe mit geringem Verbrauch. Gemeinsam mit dem großen Tank sind auch längere Einsätze denkbar. Die klappbare Ladefläche aus Aluminium-Profilblech gibt dem Pickup seinen Namen und macht ihn gleichzeitig zum Kleintransporter. Der neue Turno Pickup. Kramer. Perfektion steckt im Detail.